Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel die Badenberg in Österreich im Zusammenhang mit dem Thema Mittelalter. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspielen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die Badenberg in Österreich. Um die Grenzen des Ostfrankenreichs bzw. Heiliges Römisches Reichs gegen Angriffe aus dem Osten besser verteidigen zu können, wurden sogenannte Marken bzw. Grenzmarken eingerichtet, die unter anderem mit zahlreichen Befestigungsanlagen wie Burgen und Rittern geschützt wurden. Im 10. Jahrhundert wurde beispielsweise im östlichen Teil des zum Ostfrankenreichs gehörenden Herzogtums Bayern eine sogenannte Markkraftschaft mit der Bezeichnung Macha Orientalis, also östliche Mark oder Ostmark, zur besseren Verteidigung des Heiligen Römischen Reiches gegen Völker wie die Ungarn errichtet. Diese im östlichen Teil des Herzogtums Bayern gelegene Markkraftschaft umfasste einen kleinen Teil des heutigen österreichischen Bundeslandes Niederösterreich. Der römisch-deutsche König Otto I., der spätere Kaiser, ernannte im 10. Jahrhundert 976 Leopold I. aus der Familie der Babenberger zum ersten Markgrafen der Ostmark. Die Herrscherfamilie der Babenberger verwaltete dieses Gebiet vom 10. bis zum 13. Jahrhundert. Die Babenberger erhielten im Laufe der Zeit von den Herrschern des Heiligen Römischen Reichs immer mehr Vorrechte, wie zum Beispiel in ihrem Gebiet unter anderem Steuern einheben, um es selbst als Richter urteilen zu können. Die allermeisten Menschen, also mehr als 90 Prozent, lebten im Gebiet des heutigen Österreichs während des Mittelalters in Dörfern und ernährten sich als Bauern durch die Landwirtschaft. Der kleinste Teil der Bevölkerung im Einflussbereich der Babenberger lebten in Städten. Die oberösterreichische Stadt 1 gilt als jene Stadt Österreichs, der im Mittelalter als erste das Stadtrecht von einem Herrscher verliehen wurde und wird deshalb häufig als älteste Stadt Österreichs bezeichnet. Die Bezeichnung Österreich, Osterrichi, wurde im 10. Jahrhundert, im Jahr 996, erstmals in einer Urkunde erwähnt. Unter Osterrichi verstand man damals eine kleinere Region im heutigen Bundesland Niederösterreich und bedeutete übersetzt Reich im Osten. Die Farben Rot-Weiß-Rot wurden für das Gebiet der Babenberger erstmals im 12. Jahrhundert verwendet. Den Babenbergern gelang vom 10. bis 13. Jahrhundert eine Ausdehnung ihres Machtbereichs von einem kleinen Teil des heutigen Niederösterreichs auf ein Gebiet, das unter anderem große Teile des heutigen Oberösterreichs, Niederösterreichs und der Steiermark umfassten. Die Babenberger mussten sich bei ihren zahlreichen Gebietserweiterungen und dem Bemühen um Machterhalt unter anderem gegen Böhmen, Meeren im Norden und Ungarn im Osten durchsetzen. Im 12. Jahrhundert kam im Heiligen Römischen Reich es zu einem Streit zwischen zwei Adelsfamilien in der Frage, wer aus ihren Familien römisch-deutscher König werden sollte. Die Babenberger unterstützten bei diesem Machtkampf genau jene Adelsfamilie, die erfolgreich war. Als Belohnung für die Hilfe der Babenberger machte im Jahr 1156 der neue römisch-deutsche König Österreich zu einem neuen, eigenen, von Bayern losgelösten Herzogtum innerhalb des Heiligen Römischen Reiches und wurde damit anderen Herzogtümern gleichgestellt. Die Ernennung Österreichs zu einem Herzogtum wurde damals in einer Urkunde festgeschrieben, die später mit dem Namen Privilegium Minus, übersetzt bedeutet das kleines Vorrecht, bekannt wurde. Da der Herrschaftsbereich der Babenberger immer größer wurde, verlegten sie immer wieder ihre Residenzen aus ihrer Herrschaftssitze. Die wichtigsten Herrschaftssitze der Babenberger waren unter anderem Melk, Klosterneuburg und später Wien. Mit dem Tod des letzten Babenbergers Friedrich dem Streitbahn in der Schlacht an der Leiter im heutigen Niederösterreich gegen die Ungarn im 13. Jahrhundert, im Jahr 1246, endete die Herrschaft der Babenberger in Österreich, die im 10. Jahrhundert begonnen hatte. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema der Anfang der Habsburgischen Herrschaft in Österreich.